Musik ab, alle bereithalten. Das ist ein Schönheitswettbewerb mit völlig anderen Kriterien. Ich bin Toffer, 93 Jahre alt. Nein, lauf nicht gern, Soldat, Rita. Ich heiße Rita Kasimov Braun und ich bin eine Holocaust-Überlebende. Es geht darum, Frauen mit einer sehr dunklen Vergangenheit zu begleiten. Ich erinnere mich an eins. Es war vollkommen dunkel. Ich wurde ohnmächtig auf diesem Stuhl. Ohne Betäubung. Schon vom Erzählen kriege ich Gänsehaut. Es war wie in einen Grab zu steigen, aber halb lebendig. Sie können etwas zurückbekommen, das vielleicht in der Kindheit verloren gegangen ist. Was für ein Empfang. Unglaublich. Jede einzelne von uns hat etwas Besonderes. Ich will leben. Ich will leben in dieser wunderschönen Welt. Ich bitte um einen stürmischen Applaus. Was für erstaunliche Frauen. Mann, ist das stark. Ist das Champagner? Es ist eine Krebschutlimonade. Aufsehen. Für. Untertitelung des ZDF, 2020